Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play SimCity weiter mit Spawny! Juhu! Ja, heute sind wir nur zu zweit, aber solltet ja trotzdem lustig werden. So! Äh, ja, wir haben ja noch das Problem, dass wir, äh, aus dem Minus wieder herauskommen müssen, weil wir ja, äh, dieses übelste Stromproblem hatten. So. Und durch dieses Stromproblem, was wir hatten, müssen wir jetzt zusehen, dass wir den ganzen Scheiß wieder auf die Reihe kriegen. Ja, das große Krankenhaus kann ich leider noch nicht öffnen. Und unser nächstes Problem ist, dass die Omega-Fabriken gar nicht laufen, Leute. Ja? Damit geht dann das nächste Problem los. Und deswegen müssen wir irgendwie zusehen, jetzt haben wir schon 8000 Minus. Das ist jetzt überhaupt gar nicht lustig. nicht, dass Andi mir gleich noch Geld schicken kann. Keine Ahnung, das werde ich nicht. Ja, was das Problem jetzt einfach ist, jetzt muss ich die Steuern bis auf 18 schicken. Äh, was so ein Stromverbrauch, oder so ein Strom-Connect anrichten kann, Andi, ne? Also jetzt ganz ehrlich. Ja, das ist ganz schön extremer. Ich hatte einen Plus bei Steuern von 10 machen wir immer Standard, ne? Ich habe immer 11 drin. Oder 11, ja, irgendwas, irgendwas war es. 10 oder 11 haben wir auf jeden Fall immer drin. Und ich habe einen Plus gemacht von knapp 20.000 die Stunde. Jetzt habe ich die Steuern hochgedreht auf 17 im unteren, 12 mittel und 12 reich. Und mache jetzt gerade erstmal wieder einen Plus von 3000. Oh. Also, absolute Katastrophe gerade. Ja, aber mir will das mit der, mit den Venditen noch nicht irgendwie so abdingsen. Okay. Ja, aber da war doch das Problem, umso mehr Polizei du gebaut hast, umso beschissener warst du. Ja, ja, genau. Ich habe ja die abgerissen und jetzt hatte ich ja wieder 22 Verbrechen pro Tag. Das musste ich ja jetzt, glaube ich, erstmal aus dem Weg schaffen. Genau, runterkriegen, weil du die Leute, ja, weil du ja die Leute aus dem Knast erst wieder loswerden musst. Genau. Was wichtig ist, dass Omega wieder läuft, Leute. Wenn Omega wieder läuft. Jetzt auch wieder bergauf. Dann sollte das Problem beseitigt sein. Nur Omega erstmal wieder zum Laufen zu bekommen. Das ist natürlich jetzt auch noch so eine Sache. Na, jetzt haben wir 13.000 plus. Jetzt könnte eigentlich gleich Öl einkaufen. Ich gebe jetzt ja auch extra nichts aus. Und wir haben ja auch keinen Strom mehr, den wir jetzt bezahlen müssen. Und daher hoffe ich mir, dass ich damit wirklich vorankomme. Ja, Universität habe ich noch geschlossen und das große Krankenhaus. Das kann ich mir nicht leisten. Wenn ich die jetzt anmache, bin ich voll im Minus. Jetzt haben wir 17.000 plus. Ich hoffe, dass wir das irgendwie auf die Reihe bekommen. Öl brauchen wir, Leute. 20.000 Eisenerz schon drin. Öl ist im Lager. Jawohl. Dann haben wir gleich auch wieder die Sachen da. Und dann sollte es vorankommen. Ich will es hoffen, Leute. So, verlassene Gebäude. Wahrscheinlich wegen Omega, oder? Grund Brand. Brand. Okay. Äh, Handelsippo abreißen. Nein. Wir haben irgendwie im Kreisel jetzt einen Stau. Durch diese Kreuzung hier noch, Leute. Aber wenn wir die jetzt alle hier rumfahren lassen, ist doch auch scheiße, oder? Probieren wir mal. Ich weiß auch, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Ich wollte die Schwebebahn weiter ausbauen. Das könnte sein. Ich kann ja jetzt gar nicht so sagen. 30.000 Eisenerz schon drin. Wo ist das Öl denn hingegangen jetzt? Jetzt läuft Omega wieder. Na, endlich, Leute. So, wenn Omega das Laufen anfängt, dann sollte es laufen. 6.000 plus machen wir jetzt schon wieder. Wir drehen jetzt natürlich erstmal wieder die Steuern runter. Machen wir mal 15. Alles auf 15. Dass die Steuern erstmal wieder auf ein... ...normales Niveau kommen hier. Gut, Prozessoren haben wir ja auch, Leute, die wir verhökern. Hier haben wir ja das Lager. Hier ist alles voll. Da ist auch alles voll. Naja, da haben wir noch ein bisschen Platz. So, jetzt haben wir wieder 75.000, weil wir jetzt Prozessoren wahrscheinlich verkauft haben. Dann, ähm, geben wir jetzt das Risiko ein und versuchen jetzt wirklich hier die... Oh, ich glaube, das wird knapp, Leute. Die Steuern wirklich wieder komplett runterzusetzen. Jetzt machen wir 4.800 minus, aber das könnte gehen, weil wir einkaufen können. Wir können Öl und alles einkaufen, dann sollten wir eigentlich gleich aus dem Minus raus sein. Und dann können wir das Krankenhaus auch wieder abmachen, weil wir haben nämlich hier 13 Tote pro Tag. Das ist nicht schön. Also 13 Tote pro Tag ist echt ein absoluter Graus. Oh ja. Man sieht's, mit Omega machen wir jetzt 7.880 plus. Wir machen auf jeden Fall mit den Megatürmen richtig Minus. Richtig derbe in den Megatürmen machen wir Minus. Einnahmen? Nee, das geht doch gar nicht. Doch, Ausgaben 21.000. Und Einnahmen nur 6.900. Also hier sind die Apartments alle komplett leer. Wir brauchen mehr Käufer, um Gewinn zu machen. Das Einkaufen macht hier wirklich Spaß. Ja, die haben sich alle verpisst aus dem Megaturm, weil wir keinen Strom hatten. Durch Strom fällt natürlich dann Wasser, Kläranlage und etc. natürlich aus, ne? Genau. Und dadurch, ja, kommt so ein Kreislauf in dem Sinne, kann man so sagen. Ja, ein Kreislauf entsteht dann. So, wir werden jetzt das Krankenhaus öffnen. Auch wenn wir dann jetzt wieder 300 Minus machen, aber 300 die Stunde geht noch. Das machen wir sogar schon Plus. So, guck. Ja, jetzt fehlt nur noch die Universität. Wenn ich die Universität wieder anhabe, dann habe ich alles geschafft. Aber ich glaube, die Universität ist teuer. Ich glaube, 3.000 oder 4.000 die Stunde, ne? Glaube, ja. Irgendwie so. Wenn du drauf klickst, dann siehst du es, ja. Nee, wenn du es so ausmachst, siehst du es leider nicht. Da steht da 0. Ausgaben die Stunde 0. Das ist, ja. Und irgendwie gab es ein Update. Aber wir wissen nicht, was passiert ist. Wenn das einer von euch weiß, dann schreibt es uns. Aber wir haben nichts gefunden. Dann schreibt es bitte in die Kommentare bei Facebook, bei Twitter, da wo wir überall sind. Oder schreibt uns per Orange an, könnt ihr auch den Andi anschreiben. Dann schreiben viele Leute, ah, ich möchte auch gerne hier mitspielen und 4 Welten machen. Wir sammeln gerade so ein bisschen. Und ich glaube, nach diesen sieben Folgen werde ich mich mit Andi mal hinsetzen. Und vielleicht mal diskutieren, wem wir da nehmen, wem wir da nicht nehmen. Und ja. Also ich habe mit Sicherheit 30 Leute. Wenn ich mal so einen Andrang gehabt hätte, wenn wir die großen Welten gemacht haben. Wo jeder eine Stand nehmen durfte. Oh ja. Jetzt machen wir 7000 plus wieder. Jetzt machen wir mal die Universität mal wieder an. 6000 kostet die Stunde. 6100. Ja, leckt mich fett. Wahnsinn. Ja. Ja, was natürlich auch wichtig ist, Leute, weil die Technikstufe ist jetzt schon bei 0. Weil die Universität geschlossen war. Ja, jetzt ist die Universität offen. Ab morgen geht dann die Schule wieder los. Da freuen sich natürlich gleich die Bürger. Wie ist denn die Zufriedenheit? 81% Zufriedenheit geht eigentlich, ne? So weit bin ich gar nicht abgesackt. Das ist eigentlich ganz akzeptabel. Was hast du? Die Stadt funktioniert bei mir nicht richtig. Weil? Weil Straßen verstopft und dadurch brennen die ganzen Häuser ab. Und die ganzen Verbrechen, das wird nicht weniger, nichts. Ja, ich habe das natürlich jetzt... Brennt ein Haus nach dem anderen. Ich habe das jetzt auch, dass meine Stadt ziemlich voll ist. Gut, ich habe noch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ich habe alles voll ausgebaut. Das hat letztes Mal bei Phil auch übelst lange gedauert, ne? Bis das mit dem Verkehr sich geregelt hat. Das waren drei oder vier Folgen, nachdem er die ausgebaut hat. Ja, bei mir wird man nicht viel was machen können. Jetzt müssen wir mal rüber gehen. Gehen wir mal rüber zu Andi, Leute. Und gucken mal, vielleicht können wir ihm ja ein bisschen helfen. Kann ja sein. In Geilhausen. Und schauen uns mal an, was Geilhausen für ein Problem hat. Das wäre noch was, was man wirklich in das Spiel einbauen könnte. Einbahnstraßen. Ja. Das wäre, glaube ich, richtig genial. Weißt du, was ich machen würde? Weil du ja 600.000 hast, ne? Würde ich bei gehen unten, wo dein Rathaus ist und das Bürgermeisterhaus, ne? Die normale Straße würde ich abreißen und würde ich in der Autobahn hinsetzen. Aber das Rathaus ist nicht teuer. Das kann man ja neu bauen. Das Bürgermeisterhaus, die ganzen Updates kriegst du ja auch wieder. Was ist da noch, was teuer ist? Ja, das ist deine Solaranlage. Die würde ich stehen lassen, ne? Also die würde ich nicht abreißen. Also das Stromrisiko würde ich nicht eingehen. Ganz rechts eine Autobahn? Ja. Das hat auch keinen Sinn. Doch, weil bei mir ist da die Straße proppenvoll. In meiner Ansicht. Ja, aber jetzt hier in meiner Ansicht ist die wirklich proppenvoll. Und weil die Leute nicht von den Nebenstraßen schnell genug auf diese Straße fahren können, staut sich das. Weil das ist ja nur zweispurig in dem Sinne. Und die Autobahn ist ja nachher dreispurig oder vierspurig. Und dann fahren die ganz schnell. Ja, probieren wir mal aus. Es ist, und ja gut, oben bei der Hochschule würde ich das vielleicht auch machen. Aber da ist halt das Problem, dass du dann, ja das Problem mit dem Dingens hast. Mit den Hochtürmen. Aber du könntest da so kleine Stücke reinbauen mit Autobahn, ne? Und Andi? Ja? Du hast noch den Tunnel von der Stadt raus, äh, von der, äh, von, wo du reinfährst in die Stadt. Ich glaube, Ausgang verbunden ist nichts. Du hast ja die Stadt, wo du rein- und rausfahren kannst. Ist ja ein Tunnel, der direkt drüber geht. Ja. Der Tunnel ist noch nicht upgedatet. Und dann hat er das zurückgedatet. Upgedatet hatte ich den. Ja, ist jetzt einfach nur das, was ich jetzt gerade sehe. Oh, da ist, da hab ich mich erschrocken, Alter. Da explodiert ja ein Industriegebäude. Boah. Ja, sonst, Leute, ihr könnt das natürlich auch in die Kommentare schreiben, ne? Wenn ihr Tipps für Andi habt, schreibt's in die Kommentare. Da freut er sich auch drüber. Ja. Ja, das würde ich erstmal machen mit der einen Autobahn. So, dann wollen wir hier mal eine kleine Autobahn hinbauen, ne? Ja. Um zu gucken, wie es dann... Dass du wenigstens auf einer Seite einen flüssigen Verkehr hinbekommst, ne? Boah. Und vielleicht musst du nochmal probieren, ein paar Tunnel durch die Stadt zu ziehen. Dass die Leute vielleicht dann da durchfahren, wenn du Glück hast. Lass mal die Zeit mal wieder ein bisschen schneller laufen hier. Und hoffen, dass wir wirklich... Geschlossen, wir brauchen Mitarbeiter. Haben wir schon wieder Gebäude, die... Ne. 248.000. Um 5 Uhr geht die Schule eigentlich wieder los. Dann sollte das Bildungsniveau nämlich steigen. Weil hier, seht ihr ja, wenn wir auf Bildung drücken, haben wir hier überall die Hüte. Und das bedeutet, dass die... Gib uns... Au! Gib uns Omega sofort! Sofort! Schreibt die Industrie. Okay. Habe ich auch noch nie gelesen. Aber Omega wird fleißig produziert, Leute. Also... Mehr wie einkaufen und das kann ich jetzt auch nicht. Wir haben ein Abwasserproblem. Warum haben wir ein Abwasserproblem? Kann nicht sein. Wir haben 122 über. Ein Müllproblem haben wir angeblich auch. Ah, weil die Werkstoffe hier gleich voll sind. Die Lager. Liegt da dran, dass ich gerne hätte den hier vergrößert. Aber dafür fehlt uns halt zur Zeit das Geld. Dann würden wir auch mehr Metalle und Dinge wieder verarbeiten. So, Leute. Wir sehen mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und wir hören uns in der nächsten Runde wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!